Hallo und willkommen zurück zu Stormhold. So, ich pausiere mal. Wir spielen die 14. Mission und in dieser müssen wir die Truppen des Wolfes, glaube ich, besiegen. Wir müssen abwarten, bis alle Truppen über uns hin weggefegt sind. Und wir schauen uns mal die Karte an. Wir haben hier oben unser Eisen. Wir haben hier ein bisschen Holz. Es sieht ganz schön wüst aus, so als wenn hier Kyrill durch den Wald gefegt wäre. Hier eine ganze Menge Arbeitslose. Ein eher schlecht als recht gefülltes Waffenlager. Hier natürlich eine Dorfkneipe. So, hier oben, naja, hier eine schlecht gebaute Burg. Oder eine Toranlage. So, wo kommt denn der Feind her? Hier noch mehr Tor- und Wehranlage. Hier oben haben wir eine große Wiese. Hier ein bisschen Sumpf. Hier könnte man vielleicht auch Pech abbrauchen. Ich weiß nicht, ob wir das schon können. Ähm, offenbar nicht. Also, hier kommt auch kein Feind her. So, schauen wir mal hier unten. Hier kommt der Feind her. Hier unten kommen die feindlichen Truppen an. So, dann haben wir hier, ja, so einen Berg rücken. Leicht bewaldet. So, hier kommt man aber nicht, hier kommt man aber nicht drüber. Also, man muss schon mitten durch. Also, die Truppen werden hier kommen und versuchen sich hier durchzuarbeiten. Denn hier hindurch könnten sie auch. So, Moment, schauen wir mal. Man könnte hier, kann man jetzt hier hindurch oder nicht? Ich denke doch. Okay, das hier vorne wird vermutlich eine Kante sein. Das sieht so aus. Dann müssen die also alle hier durch. So, das heißt, wir verstärken da mal eben die Mauern. So, dann schauen wir doch mal, wie es hier bei uns so aussieht mit Waren. So, Lebensmittel werden wo gelagert? Weiß man auch nicht. Vielleicht drücken wir doch nochmal Pause. Wo werden denn jetzt die Lebensmittel gelagert? Wo werden die überhaupt hergestellt? Und noch viel wichtiger. Hier oben könnten wir vermutlich sogar einige herstellen. Ja, aber jetzt schauen wir doch mal. Wo werden unsere Lebensmittel hergestellt? Und gelagert? Das ist das Haus. Hm. Wenn jemand den Lebensmittel, den den Nahrungsspeicher sieht, darf er sich gerne melden. Ich glaube, wir haben keinen da. Haben wir den? Ah, hier oben. Okay, ja, das reicht natürlich nicht. Und warum stehen die da? Ach, klar, die holt sich die Kuh direkt. So, okay. Dann können wir mal loslegen. Wir haben eben Geholz haben wir momentan genug. Wenn wir noch die eine oder andere Gläserwelle errichten. Zweimal. Dreimal. Viermal. Viermal. Fünfmal und sechsmal. So, da richten wir dann auch noch. Zweimal. So. Schauen wir uns doch mal die Arbeiter-Situation an. Eine Botschaft des Schweins. Äh, 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 ich werde euch schlachten. Ja. So, ein paar Holzfäller könnt ihr hier noch gebrauchen. Vielleicht können wir noch ein bisschen besser beteilen. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. So, noch eine Hütte. Genau, ja, hier hinten beim Holzfäller. Die Schatzkammer ist voll. So, Moment. Wie sieht das hier aus? Wir bilden, hier, wir stellen, wir bilden her. Das ist also einer der, oder zwei der Bogenmacher. Die Truppen des Schweins greifen an. Zwei der Bogenmacher sollen dann mal... Eure Befehle? Äh, an, müsste herstellen. So, hier hin. Halte mal runter. Bin zur Stelle. Ein weiter Weg. So. Ja. Und wenn wir treffen... Schießen aber trotzdem nicht. Balliste, bereit, Milo, ist hochgekurbelt. So. Jetzt haben die hier zwar die Kampelböcke stehen, aber es gibt ja nur noch einen, noch einen, äh, Baumeister. Was gibt's? Ja, hör. Rücken aus. Sind auf dem Weg. Oh. Das war für diesen... Bogenschützen. Bogenschützen bereit. In Bewegung. Ja. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Was wünscht ihr? Wir haben keine Chance. Na endlich. Ein Kinderspiel. Mein Boden ist euer. Rücken aus. Was geht's? Die sind so gut wie tot. Der Heim rammt unser Torhaus ein. Rücken darf uns ziehen. Ein leichtes. Mit Vergnügen. Aber natürlich. So. Ich probere nochmal, wie sieht's mit der Steinversorgung aus? Wird die sicher gestillt? Glauben nicht. Ich wusste jetzt zumindest nicht, woher. So, wo haben wir denn hier überhaupt Stein? Den wir abbauen können. Ja, hör'n. Ja, Hühnerfutter. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Was wünscht ihr? Wir haben keine Chance. Na endlich. Die sind so gut wie gut. Was gibt's? Bewegt euch, Hunde. Wir haben keine Chance. So, jetzt schauen wir mal, wo gibt's denn die Steine. Da oben. Wir haben den feindlichen Angriff überlebt. Sehr gut. So, jetzt müssen wir aber echt mal schauen, wo wir Steine herbekommen. Drücken wir nochmal Pause. Denn die Zeit, die rennt ja hier wirklich davon. Da haben wir nicht die Möglichkeit, während das Spiel läuft, nach Steinen zu suchen. Sehen hier echt keinen Stein. Hier gibt's keinen Stein. Okay. 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 Nein, Stein gibt's hier nicht. Das ist natürlich gar nicht mal so gut. Da unsere Burg ja aus Stein besteht. So. Hier oben geht's nicht. Die Waffenkammer ist voll, my Lord. Oh ja, sehr gut. So, dann. Es werden Waffen benötigt. Es werden Rekruten benötigt, Seier. So. Schauen wir doch mal schnell. Das ist echt nirgendwo. Nirgendwo können wir hier Steine abbauen. Und das mitten im Gebirge. Quer auf so einem Gebirgszug. Und wir können keinen Stein abbauen. Ne. So, dann schauen wir doch mal. Auf den Marktplatz. Kaufensteine. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. So, müssen wir Steuern erhöhen. Und bleibt ein bisschen hoch. Und unsere Lebensmittelvorräte schwindet dahin. Euer Gnaden. Auf die Direktion. Wir möchten hier mal ein paar Jägerstände. Für etwas Abwechslung. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Jetzt haben wir keinen Gold mehr. Okay. So. Mit dem Stein müssen wir hier unten mal Burg ausbessern. All das, was hier unten eingerissen bzw. angerissen wurde. Achso, unten müsste ich wieder das Tor reparieren. Die Waffenkammer ist voll, my Lord. Schon wieder. Okay. Und dann die Zinnen davor. Wunderbar. Vielleicht auch hier oben noch eine kleine Mauer. Ich glaube, hier oben könnten wir Steine abbauen. Na, das sieht dann hier unten doch besser aus, als es tatsächlich ist. Schade. Ja, das wird nichts. Na gut, so. Ja, hör! Und dann die Mörderlöcher. Ja. Die Waffenkammer ist voll, my Lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Doch, das können wir schon. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Wir benötigen Holz. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Okay. Okay, so. Die Waffenkammer ist voll, dann haben wir wahrscheinlich ein bisschen viel Lanzenträger. Wir haben nicht genügend Holz, my Lord. Beziehungsweise ein bisschen viel Lanzen, nicht Holz. Wir benötigen Holz. So, da kommen auch schon die Holzzweller mit ihren Waren. Aufklärer berichten von einer großen Truppe des Schweins, die auf uns zumarschiert. So, was sagt der Nahrungsspeicher? Die Waffenkammer ist voll, my Lord. Jetzt ist aber gut. Bin zur Stelle. So, jetzt haben die beide, äh, beide, jetzt haben die alle Platz für neue Waffen. Bin zur Stelle. So, ja, wir haben wirklich viele Waffen. Bin zur Stelle. Bauer, vielleicht können wir ja nochmal das Waffenlager ausbauen. Wie geht das? Das geht tatsächlich. Das machen wir dann auch. Bin zur Stelle. Mein Herr, die Truppen des Schweins greifen an. Oh, das ist nicht gut. Die kommen zu früh, die kommen zu früh. Ja? Die sind so gut wie tot. So, und gerade die... Achtung! Armbrustschützen, die brauchen ja eine Ewigkeit, bis sie da unten ankommen. Rück aus! So, schnell. Achtung! Es werden Waffen benötigt, Sire. Armbrustschützen. Ihr könnt auch uns zählen. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Alles hier runterschicken. Wohin gehen wir? Ein weiterer Weg. Manchmal hilft nur Inus und Erf. Die haben keine Chance! So, die ersten Leute bleiben in den Mörderlöchern hängen. Eure Befehle? Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Befehle? Der Reif kam in unser Stille. Unser Stille. Unser Stille. Unser Stille. so und die anderen truppen sind auch alle auf dem weg es werden waffen benötigt und es werden rekruten benötigt sei allzeit bereit womit kann ich dienen ein weiter weg ein weiter weg und los und hier sehen wir schon die ideen tatsächlich durch soja und marsch nennt euren wunsch ja bitte ein leichtes so und mit der was war denn hier bin zur stelle es werden waffen benötigt sei er mein herr gut ein weiter weg allzeit bereit ein leichtes mit verliegen sie sind so gut wie tot hühnerfutter wohnen wohnen der feind ist bezwungen so und wie wir sehen brauchen wir noch eine schmiede und wir brauchen noch mehr gerbereien nein ich glaube das geht nur da oben bin zur stelle allzeit bereit wieder unter ein weiter weg eure befehle muss ihnen eine ganze dinge ausgebessert werden wir benötigen steine steine mehr wir benötigen steine ihr habt nicht genügend gold verkaufen wir mal die können wir nicht verkaufen doch ihr habt nicht genügend gold aufklärer berichten von einer großen truppe des schweins die auf uns zu marschiert dieses gerät brauchen wir mehr baumeister natürlich wir haben nicht genügend gold mein lord womit kann ich dienen bin zur stelle ja es werden waffen waffen geschultert und runter die truppen des schweins greifen an ich wollte gerade sagen die greifen gleich wieder an die greifen jetzt wieder an nennt euren wunsch moment wir können natürlich schnell die mörderlöcher hier bauen ihr könnt das nicht dort platzieren my lord ihr könnt das nicht dort platzieren my lord doch wir können das so und dann Achtung bin zur stelle ihr könnt auf uns zählen es werden rekruten benötigt sei ja bitte alle hier runter ein weiter weg ihr könnt auf uns zählen mit vergnügen das sieht doch jetzt schon mal ein bisschen besser aus sowas Achtung ihr könnt auf uns zählen nicht seien allzeit bereit ein weiter weg ein krankt unser torhaus ein hm hän 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 Bin zur Stelle! Sind auf dem Weg! In Bewegung! Ja bitte! Unser Kopf ist zerstört! Hm, ich kriege seinen Punkt. Bereits, Römer! Ihr könnt auf uns zählen! Ihr habt nicht genügend Gold! Ihr habt nicht genügend Gold! Wohin gehen wir! Ein leichtes... Was macht ihr? Wir haben keine Rede so gut wie Gold! Ihr seid bereit! Mit Verlieben! Zur Stelle! Aber natürlich! Womit kann ich die Stimme? Ein leichtes... Das ist dringend ein Tor! Ihr habt nicht genügend Gold! So, endlich haben wir ein neues Tor! AaaaA-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A! Nennt euren Wunsch! Ja bitte? your leaving your Tale very Saturn cage and then ley! So und ich würde sagen wir machen und los! Wir machen jetzt auf dieser Stelle erstmal nach Pause! Set! Verbrechen wir gleich weiter! Ich hoffe es hat euch gefallen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss!